Im Buddhismus wird Ethik so definiert, für das Wohlbefinden der Wesen arbeiten, ihnen weder Unrecht noch Schaden zufügen. Dies ist die Grundlage für eine Haltung des Nicht-Schaden-Wollens, des Mitgefühls und der Liebe allen anderen Wesen gegenüber. Wenn unser letztendliches Ziel ist, so viel wie möglich für andere zu tun, ihnen so viel Gutes wie irgendmöglich angedeihen zu lassen, dann müssen wir in jedem Augenblick unseres Lebens tun, was wir können, um diese Fähigkeit zu verwirklichen. Wenn wir auf uns selbst gestellt sind, treffen wir nicht immer weise Entscheidungen. Buddha wusste das und entwickelte daher Regeln für ein sittliches Leben. Wenn wir Sila, unsere Tugendhaftigkeit, fördern, führt das zu innerer Ruhe und positiven Beziehungen mit der Welt. Aber eine ethische Entwicklung umfasst mehr als richtiges Verhalten. Ein guter Charakter ist die Basis der Meditationspraxis und das Sine-Quanon des spirituellen Erwachens. Wenn man seine Rede, seine Taten und seinen Lebensunterhalt reinigt, begibt man sich auf den Pfad der Befreiung. Die Grundlagen der Ethik Die Schulung in sittlichem Verhalten kann vielerlei Formen annehmen. Ihr gemeinsames Fundament ist es jedoch, sich von den zehn Nicht-Tugenden abzuwenden. Von den zehn Nicht-Tugenden betreffen drei körperliche Handlungen, vier verbale Handlungen und drei geistige Handlungen. Die drei körperlichen Nicht-Tugenden sind, einem Lebewesen das Leben zu nehmen, stehlen und sexuelles Fehlverhalten. Einem Lebewesen das Leben zu nehmen, dies reicht vom Töten eines Insekts bis zum Töten eines Menschen. Stehlen, sich das Eigentum eines Anderen ohne dessen Einverständnis anzueignen, gleichgültig welchen Wert es hat und ob die Tat von einem Selbst oder einer anderen Person verübt wurde. Sexuelles Fehlverhalten, Ehebruch begehen. Die vier verbalen Nicht-Tugenden sind Lügen, Zwietracht säen, Härte und Unvernunft. Lügen, andere durch Worte oder Gesten täuschen bzw. betrügen. Zwietracht säen, Meinungsverschiedenheiten schaffen, indem man unter jenen, zwischen denen Einigkeit herrscht, Zwietracht säht oder unter denen, die bereits uneins sind, noch größere Uneinigkeit bewirkt. Härte, Missbrauch anderer Personen. Unvernunft, motiviert durch Verlangen über törichte oder närrische Dinge sprechen. Die drei geistigen Nicht-Tugenden lauten Habgier, schädliche Absicht und falsche Ansichten. Habgier, zu denken, dies sollte mir gehören bzw. etwas wünschen, das anderen gehört. Schädliche Absicht, der Wunsch, andere zu verletzen, sei es eine große oder kleine Verletzung. Falsche Ansichten. Existierendes wie Wiedergeburt, Ursache und Wirkung oder die drei Juwelen, der Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft der Übenden als nicht existent zu betrachten. Der Unterschied zwischen spirituellem und ethischem Handeln Zwischen den Handlungen, die wir moralisch oder ethisch und jenen, die wir spirituell nennen, sollten wir einen wichtigen Unterschied erkennen. Ethisch motiviert ist eine Handlung, bei der wir davon Abstand nehmen, das Glückserleben oder die Glückserwartung anderer zu beeinträchtigen. Spirituelle Aktivitäten hingegen setzen darüber hinaus ein gewisses Interesse am Wohl der anderen voraus. Solche spirituellen Handlungen, deren Beweggrund nicht in kleinlichem Egoismus, sondern in der Anteilnahme am Wohl der anderen besteht, kommen schließlich uns selbst zugute. Und nicht nur das. Darüber hinaus geben sie unserem Leben Sinn. Und das ist jedenfalls meine Erfahrung. Mit Blick auf mein Leben kann ich ohne zu zögern sagen, gemessen an dem Glück, das ich erfahren habe, wenn ich anderen Gutes tun konnte, tragen solche Dinge wie das Amt des Dalai Lama samt der politischen Macht, die es mir überträgt, und dem relativen Wohlstand, den es mir zur Verfügung stellt, bloß einen winzig kleinen Bruchteil zu meinem Glück bei. Hält dieses Denkmodell einer Untersuchung stand? Ist ein Verhalten, das von dem Wunsch bestimmt wird, anderen zu helfen, der effektivste Weg zu echtem Glück? Überlegen Sie bitte Folgendes. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir kommen auf diese Welt, weil andere gehandelt haben. Ebenso sind wir auf andere angewiesen, um überleben zu können. Ob es uns gefällt oder nicht, fast in jedem Augenblick unseres Lebens profitieren wir von den Handlungen anderer. Daher sollte es eigentlich nicht verwundern, dass unser Glück größtenteils aus unseren Beziehungen zu ihnen erwächst und es uns ganz besondere Freude bereitet, wenn wir uns mit Fürsorge um andere kümmern. Doch damit nicht genug. Wir stellen fest, dass altruistisches Verhalten nicht nur Glück bewirkt, sondern zugleich unser Leid verringert. Das soll nicht heißen, ein Mensch, dessen Handlungen darauf ausgerichtet sind, andere glücklich zu machen, müsse weniger Härten im Leben erdulden, als ein Mensch ohne diese Motivation. Krankheit, Alter und andere Beschwernisse ereilen jeden von uns. Jenes Leid allerdings, das unseren inneren Frieden untergräbt, Angst, Zweifel, Enttäuschung, tritt eindeutig weniger in Erscheinung. Bemühen wir uns um andere, so sorgen wir uns weniger um uns selbst. Und wenn wir uns weniger um uns selbst sorgen, ist die Empfindung eigenen Leids weniger intensiv. Was sagt uns das? Erstens, weil jede unserer Handlungen einen universalen Aspekt und damit möglicherweise Einfluss auf das Glück anderer Wesen hat, ist Ethik ein unverzichtbares Element, durch das sichergestellt wird, dass wir andere nicht verletzen. Zweitens lehrt es uns, dass echtes Glück in jenen geistig-seelischen Eigenschaften wie Mitgefühl, Liebe, Hingabe, Geduld, Toleranz und Vergebung besteht. Denn sie führen das Glück herbei, unseres und das der anderen. Zweitens, wurden wir schon wieder eure Wiederholen. T Assehe staten, wir schauen. Vielen Dank.